Die große Kinderbibel für alle eignet sich hervorragend, um die faszinierenden Geschichten der Bibel zu entdecken. Dabei lädt sie zum Vorlesen für Kinder ab drei Jahren oder ganz besonders Lesepioniere ein. Denn die liebevoll gestalteten Illustrationen von Matthias Weber bieten bunte Farbwelten und regen die eigene Vorstellungskraft an. Wieso baute Noah eine Arche? Wie besiebt der Hirtenjunge David den Riesen Goliath? Welche Wunder wirkt Jesus und wie ist Jesus vom Tod auferstanden? Antworten auf diese und viele weitere Fragen beantwortet diese Kinderbibel. Dazu machen die vier enthaltenen Psalmen den kleinsten Mut und Hoffnung. Ganze 18 Geschichten finden sich in dieser großen Kinderbibel wieder. Sie werden leicht verständlich und fesselnd von Christiane Herlinger nacherzählt. Ein wunderbares Geschenk als erste Kinderbibel oder für den Schulanfang. Ein wertvoller Begleiter für die ganze Familie, der zum gemeinsamen Lesen und Staunen anregt.